Es wird gruselig bei New Super Mario Bros. 2. Ich hab Angst! Ich nicht. Auf geht's! Da bin ich ja froh, dass du bei mir bist! Das höre ich öfters. Du hörst vieles öfter, hab ich den Eindruck. Das höre ich auch öfter. Buh! Meins. Aha. So viel dazu. Meins. Take it. Werde ich ja auch. Uh! Ein Geistertransporter. Ey! Ja, sozial. Voll die bösen, bösen Geister. Hast du schon mal von lieben Geistern gehört? Äh, nö. Aber muss ja kein Grund sein. Ähm, du kannst nichts dagegen machen. Ja, ich weiß. Auf, auf, auf. Oh. Das war unvermeidbar. Leider, ja. Oh! Komm her! Ich bin auf den Weg! Wo, oder unten? Ähm. Oh! Okay. Weiß ich Bescheid. Das sieht nochmal wieder nach einer ganz miesen Falle aus hier. Na ja. Hm. Ähm. Ah! Hast du mal gesehen? War voll gekonnt. Ja. Respekt. So, jetzt hau wieder die Zähne da raus. Okay. Uh! Du musst es ja sagen. Slide! Oder auch nicht. Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Uh! Wir stehen uns voll im Weg. Ah! Seifenblase! Ich versuche es! Oh nein! Ich glaube, da war ein Ausgang. Also rechts da irgendwo. Ich glaube, es war ein geheimer Ausgang. Ja, oder da war halt so eine Münze, ne? Ja. Wir sind am Ziel. Und uns fehlt eine Münze, von daher. Komm, du kannst es auch. Nee, kann ich nicht. Ich dachte, ein Leben reicht vollkommen aus. Ich glaube, du spinnst. Wenn das Let's Play vorbei ist, würde ich 999 Leben haben. Äh. Wirklich? Oder willst du einfach nur drei Kronen? Drei Kronen wäre sogar noch besser. Gut, dass wir das überstanden haben. Ja, das ist so ätzend, das Level. Aber ich glaube, wir dürfen wieder schwimmen. Ja, das mache ich lieber als diese Geister-Level. Ja, wir dürfen wieder schwimmen. Haha. Ich wollte dir nicht wehtun. Ich wollte da elegant rein stampfen. Und ich versuche jetzt mal elegant eine Goldfeuerblume zu holen. Mach das mal. Naja. Naja. Naja, du wolltest dir Leben haben, ne? Natürlich. Ah! Oh nein, die intelligente Lebensform. Ich glaube, die sind hier nicht so intelligent wie in Super Mario Bros. 1. Da waren die echt gerade dran. Oh mein Gott, Indiana Jones! Und da ist er! Geht's da vielleicht rein? Da könnte es überall reingehen. Ja, aber tut es nicht. Nö. Nö. Ich glaube, hier hätten wir einen Stein gebraucht. Den Stein? Ja. Aber wie? Weiß auch nicht. Ich glaube, wir brauchen hier irgendwie diesen Stein. Wollen wir das einfach aufmachen? Oh. Wasch... Nee. Nö. Na ja, wir haben ja sowieso gesagt, wir werden nicht... Oh! Da ist er! 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 Das ist... Das ist... Komm, 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 komm! Hey. Hat funktioniert. Ich hole ihn. Bist du sicher? Ja. Der arme Lloyd. Wir werden ihn immer in guter Erinnerung behalten. Ah, da ist er ja wieder. Hallo. Und? Hast du dich an mich erinnert? Wer warst du noch gleich? Das höre ich auch sehr oft. So. Meins. 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 Ich will die alle killen. 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 Oder auch nicht. Da, schon durch die Fahne. Hey. Ich bin groß. Ich bin Gyros. Ich bin Gyros. Nein. Komm, hör. Warum fließt du vor dem Blutball? Oder hast du Feuerblume? Ja, aber die sind über mir. Ich kann dich da oben schießen. Dann lern es. Sag das Luigi nicht mir. Nein. Ich glaube, wir müssen uns hier beeilen. Gab es hier nur Münzen zu holen? Ja, super. Ja. Immer schön vor allem. Ob es da wieder reingeht? Nee, ne? Nö. Ah, ich bin da oben. Ich hab auf dich geachtet. Ah, es gibt's doch nicht. Das höre ich auch oft. Oh mein Gott. 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 Scheiß auf die Münze. Scheiß auf die Münze. Nein, niemals. Pass auf, pass auf. Geh runter. Rette mich. Rette mich. Ja, ihr seid. Schwimm jetzt bloß weiter. Weg, 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 weg. Rein da. Hauptsache schnell weg hier. So, super Jump. Ja. Was war ein super Jump? Du hast es fast geschafft. Ja, fast. Warum muss Luigi mal das letzte Wort haben? Du musst ihn verstehen. Der steht ja sonst auch immer im Schatten seines Bruders. Ja, stimmt auch wieder. Oh, ich hab 96.000. Vielleicht werde ich die 100.000 noch knacken. Oh mein Gott, schon wieder. Was, ein Schloss? Ja. Ist doch nicht schlimm. Ja, es gibt hier zu viele Schlösser. Ja, eins pro Welt, ne? Wer baut die eigentlich? Ähm... Bowser vielleicht? Ja. Yay. Warum gehst du unter? Ich wollte nicht von der Säge erwischt werden. Hat ja wunderbar geklappt. Ja. Ich wurde von der Säge nicht erwischt. Das schon, aber... Ich sag dazu nichts. Ja, ich sag... Ja, der Freundin erinnert natürlich beides. Danke für das Reserveblatt. Sehr gern geschehen. Ha! Ja, siehste, ich wurde... Hast du das so gesagt? Ja. Safe. Nein! Warum springe ich? Warum hast du eine Liebesbeziehung zu einer Klinge? Ähm... Was soll ich sagen? Sie hat mein Herz zum Rotieren gebracht. Und lass mich. Die Liebe fällt eben, wo sie hinfällt. Genau hier drin. Oh oh. Jetzt hätte ich dich lieber retten. Ja. Oh! Danke für die Ergattung. Ja, gern geschehen. Mach ich doch immer. Das weiß ich doch. Fandst du nicht auch, dass da hinten ein Geheimnis sein könnte? Nee, in Schlössern gibt's keine Geheimnisse. Oh, okay. Zumindest keine alternativen Level. Okay. Geh du durch. Hast du nix in der Reserve? Oh, doch, hab ich. Also. Gut, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Sehr gerne geschehen. Tja, wenn wir jetzt einen Minipilz hätten, könnten wir in dieser... Oh! Lauf! Lauf doch! Lauf doch! Danke! Bitte! Was kann ich dafür, wenn ich so einen Körper wie einen Gummiball habe? Oh verdammt. Oh verdammt. Oh verdammt. Ja, pass auf, dann sind wir gleich alle im Kopf kürzer. Oh. Uh. Yes! Da geht's hoch. Yes! Was gibt's da zu machen? Hui! Hey! Hey! Lass mich! Ich will hoch! Ja, warte bloß nicht auf deinen lieben Bruder. Wolle ich doch nicht. Oh, gruselig. Soviel dazu. Kotelett! Da bist du ja wieder. Was? Kotelett? Hm, Kotelett. Äh. Kann ich nicht auf sich drauf springen? Nicht im Wasser. Oh. Cheap cheaps! Oder so. Weißt du die nicht? Ja, die heißen Cheap cheaps. Hey. Hab ich richtig gemacht. Gesagt. Getut. Vielleicht sollte einer rechts und einer links warten. Das wäre nicht dumm. Siehste? Was meinst du denn? Ah. Juhu. 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 Ja, ja. Kannste haben. Yay. Wer kommt als nächstes? Ähm. Ich glaube, das war Morten. Nein. Ich glaube, das war Hesmo. Nein, das war der Geist. Ja, der war so hässlich, dass er gestorben ist. Ende. Was für eine traurige... Oh, schon wieder ein Geisterhaus! Och. Und ein Eislevel. Speichern! Und wir schreiten voran. Ja, wir sind schon in Welt 4. Und ich... ...hab immer noch keine 100.000. Wird Leute jemals eine 100.000 Münzen bekommen? Na, ich nehme mal im Laufe des Let's Plays schon. Oh, verdammt, ich habe das Spiel gesagt. Oh, wie süß! Ja. Stirb! Ich werde ihn Günther nennen. Gut reagiert. Das war einer ganz schön mutig. Nein, einfach nur dumm. Das wird oft verwechselt. Deck da! Gut gemacht! Ja, das hätte mitgegern können. Ach, guck mal, schon noch ein. Gebt ihr den auf! Für was? Der wacht doch bald wieder zum Leben. Okay, dann schweißen weg. Am besten hier gegen die Wand. Huch! Warte mal, lass uns mal zurückrennen und Anlauf nehmen von hier aus. Ja. Ich meine da oben... Ja, da ist was. Ansonsten... Oh! Lass mich raten, Münster auch noch auf. Ähm. Gehen die selten da sind. Hat doch wunderbar geklappt. Kein Applaus? Doch, es gab Applaus. Ach so. Ah! Der gewiefte Fuchs ist mal wieder von uns gegangen. Du lässt das auch nicht ruhen, oder? Nee! Es geht mir mal aus dem Weg. Huch! Ähm. Huch! Ähm. Ähm. Warum? Ich war doch noch da. Ich hab ungefähr dreimal auf die Seifenblase geklickt. Aber... Wurde nix draus. Ja, aber ich war doch noch oben. Wieso sind wir dann jetzt Game Over gegangen? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Naja, immerhin haben wir einen Jackpot erreicht. Aber wir müssen die Münze, glaub ich, nochmal einsammeln. Ja, müssen wir. Warte! Mach du! Hey Luigi, guck dir das an! Das ist voll geil hier in der Seifenblase! Meinst du, du schaffst die alle? Yes! Wow! Das kommt hier hoch, damit ich dich hier runterrollen kann. Da geht's rein? Da geht's rein? Wann geht's da rein? Das ist schon immer. Ich hab's doch vorhin versucht. Anscheinend nicht richtig. Das gibt's doch nicht, ey. Lass das mal lieber den lieben Onkel Nagy machen. Ich warte hier oben. In Safety-Height. So, jetzt sei bloß vorsichtig, damit du nicht wieder deine Fuchsfähigkeit verlierst. Ja, ja. Wie jetzt? So viel dazu. Ich hab doch nichts getut. Oh oh. Da kommt nix. Aber da geht's hoch. Ja. Ja, jump! Nur leider steh ich hier unten. Und die Kamera ist auf mich fixiert. Haben wir alle? Ja, wir haben alle. Kick! Punch! It's all in the mind! Irgendwas, irgendwas. Hui! Yes! Hohoho, ich will nicht. Aber wir müssen dann noch mindestens fünf Minuten Zeit zum Aufnehmen. Zwei Geisterhäuser in einer Folge? Das ist doch... Das will doch keiner sehen. Ja, komm, mach. Ach, das finde ich jetzt echt nicht duftend. Sag's noch ein paar Mal, dann kommst du wieder in Mode. Hab ich ja vor. Betten die ist fake. Betten du bist fake? Im Ernst? Was? Dass ich da einen Münzler nachlaufe? Ja. Oh, ich erinnere mich. Ich erinnere mich auch. Ich hab da so keiniges drauf. Ja, Leute. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Das ist nämlich... Joa. Ein Autoscroller. In dem Sinne. Brum, brum, brum. Brum, brum, brum. Autoscroller. Wir müssen da hoch! Glaubst du, was ich mache? Ich stehe auf dem Block hier. Da ist doch irgendwas, oder? Oh. Sollte da runtergehen. Ha! Pass auf! Huch! Bitte verschone unsere Nerven. Hey! Ich komm nicht mehr da durch! Huch! Ich komm nicht mehr hier runter. Huch! Oh! Oh! Oh nein! Oh nein! Da war ein Ausgang! Oh! Ja, ein Ausgang. Und dann hätten wir die ganze Eisfeld überspringen können. Oh! Wäre das so schlimm gewesen? Ja. Ich hab noch gesagt, wir wollen alle Level machen. Ganz mal sehen, wie geschickt ich bin, ne? Ja, du bist draußen. Bist du. Danke. Uh, 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 uh. Tschüss. Bin auch schon dabei. Oh! Kommst du? Uh! Huch! Da oben! Ähm. Komm her, schnell! Ich will sie erst mal diesen Geister wegjagen. Wie soll ich den Geist bitte wegjagen? das ist stark nach haus zu gehen kann ich nicht darum ist doch passende ich glaube da ist natürlich die frage sowohl in die fahrt du hättest mich wenigstens rausholen können ach komm ich lass dich auch mit sammeln dann ist es immerhin doppelt so viel wir haben es geschafft und uns fehlen zwei münzen scheiß drauf ach man hey du habe ich bin wie dein winchling jetzt kann ich aber echt nicht mehr glauben in der nächsten folge wirst du bestimmt wieder groß ja guck mir mal vielleicht habe ich dann wieder mehr energie nein nein ich will dafür nicht bezahlen nein nein wir bezahlen nicht wir müssen insgesamt 90 sterben zu sammeln ja wir haben schon 69 davon die zahl schon wieder die begleitet uns naja vielen dank fürs zusehen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal heute 69 jaja 69 tschauzen tschüss